Alle Experten sind sich einig. Feinstaub wie Schweißrauch ist gesundheitsgefährlich. Die WHO stuft Feinstaub sogar als direkten Verursacher von Lungenkrebs ein. Eine möglichst vollständige Erfassung ist daher oberstes Ziel. Denn die beste Absaugleistung und Filtertechnik nutzt nichts, wenn der Schweißrauch nicht den Weg zum Filtergerät findet. Nicht nur deshalb haben ein Absaugarm und die Absaughaube eine elementare Bedeutung bei der Punktabsaugung von Schweißrauch. Richtig konzipiert trägt der Absaugarm samt Haube dazu bei, dass die Bereitschaft der Schweißer, Absaug- und Filtertechnik fachgerecht einzusetzen, steigt. Camper Absaugarme und Absaughauben sind die beste Möglichkeit, die Produktivität zu steigern und den Gesundheitsschutz für Schweißer zu gewährleisten. Und zwar durch die einfache, komfortable Bedienung, hohe Erfassungssicherheit und beste Qualität. Sie werden an mobilen und stationären Geräten oder an zentralen Absauganlagen eingesetzt und sind in Rohr- oder Schlauchausführung erhältlich, von 2 bis 10 Meter Länge. Aufgrund des speziellen Designs ist der Camper-Absaugarm für möglichst große Flexibilität beim Schweißen ausgelegt. An mobilen Absauggeräten ist er um 360 Grad drehbar und gibt dem Schweißer die maximale Beweglichkeit für eine Nutzung ohne Einschränkung. Der stabile, aber gleichzeitig sehr leichtgängige Absaugarm ist selbsttragend und lässt sich mit nur einer Hand besonders bequem verstellen. Einmal eingestellt, hält er die Position freitragend und ohne extra Unterstützung. Seine besonders einfache Nachführbarkeit steigert die Akzeptanz bei den Anwendern. Anders als andere Absaugarme setzen wir keine Widerstandsgelenke zum Halten der Position ein. Stattdessen halten mehrere ermüdungsfreie Federn in den Arm in jeder Position. Selbst nach jahrelangem Einsatz funktionieren unsere Absaugarme wie am ersten Tag. Es ist nicht notwendig, Widerstandsgelenke nachzujustieren. Die Absaughaube ist ebenfalls um 360 Grad drehbar. Eine flanschförmige Abdeckung zu den Seiten verhindert das Ansaugen von Falschluft, die so nicht in den Luftkegel gelangt. Die Haube erlangt dadurch einen um 40 Prozent höheren Erfassungsgrad als klassische ovale Hauben. Denn die flanschförmige Absaughaube ist zu 100 Prozent entlang der Schweißnaht ausgerichtet. Das bedeutet weniger Nachführen für den Schweißer und somit mehr Komfort. Die Haube kann darüber hinaus mit LED-Lampen ausgestattet werden. Die bessere Sicht auf das Werkstück führt zu besseren Schweißergebnissen und unterstützt den Anwender, den Arm regelmäßig nachzuführen. Ein weiteres Feature zur Komfortsteigerung ist ein zusätzlicher Ein-Ausschalter für das Filtergerät direkt an der Absaughaube. Bei optimalem Einsatz und in Verbindung mit Hochleistungsfiltertechnik von Kemper halten Sie die gesetzlichen Vorgaben zur Luftreinhaltung und die Grenzwerte ein. Steigern Sie Ihre Produktivität durch Reduzierung von gesundheitsbedingten Arbeitsausfällen. Sorgen Sie für eine saubere Arbeitsumgebung und somit geringere Kosten für Reinigung, Wartung und Service von Maschinen und Anlagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017